Schön, dass ihr heute wieder reinschaut bei TREATPC. Wir gehen heute der Frage nach, was bringt mir ein optional zweiter Lüfter an meinem Einzelturmkühler. Dafür haben wir uns als Beispiel heute mal den Alpenfilm Dolomit Advance geschnappt. Ein schlag ich mal schlanker und relativ neuer Einzelturmkühler haben wir bereits auch separat getestet. Testvideo findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und wir schauen uns mal an, was mir ein zweiter Lüfter theoretisch bringt für Kühlleistung, Lautstärke und vielleicht auch für die Optik. Wenn ihr Ideen oder Fragen habt, was wir gerne für euch messen können, was euch selbst interessiert oder was wir uns mal genauer betrachten sollen, dann schreibt uns eure Sachen doch sehr gerne in die Kommentare. Dann schauen wir natürlich, dass wir das für euch entsprechend dann auch umsetzen und ausbauen. Zurück zu unseren Einzelturmkühlern. Wenn ihr euch so einen kauft, dann wird in den meisten Fällen, besonders bei den Mittelklasse- und bei den höherpreisigen Kühlern, ein optional zweites Paar Lüfterklammern beilegen. Damit habt ihr die Möglichkeit dann, wenn ihr das machen möchtet, einen zweiten Lüfter. Oder 120, 140 oder was für ein Format auch immer, an euren Kühler dran zu packen. Was müsst ihr beachten, wenn ihr den zweiten Lüfter an den Kühlkörper dran machen möchtet? Zum einen kann es je nach Platzverhältnis in eurem Gehäuse sein, dass ihr das Mainboard oder den Kühler ausbauen müsst. Zum anderen, wenn ihr kompakte Gehäuse habt und ihr habt im Heck einen Lüfter, kann das auch da natürlich relativ eng werden, wenn ihr quasi zwischen den Kühlkörper und den Hecklüfter noch einen weiteren Lüfter rein packt. Wenn ihr euch dazu entschieden habt, einen zweiten Lüfter zu montieren, habt ihr ein sogenanntes Push-Pull-Setup. Auch Sandwich-Design kann man dazu sagen. Wir haben den Kühlkörper in der Mitte, dann hinten und vorne einen Lüfter drauf. Der vordere Lüfter zieht kalte Luft an und drückt sie in den Kühlkörper rein. Der hintere sorgt dann dafür, dass die erwärmte Luft aus dem Kühlkörper theoretisch schneller rausgezogen wird und dann in den meisten Fällen zum Gehäuseheck rausbefördert wird. In diesem Sinne kommen wir mal zu unseren Temperaturmessungen, was uns das jetzt de facto wirklich bringt. Wir haben bei maximaler Drehzahl dann eine Temperaturbonus im Vergleich zur Variante mit nur einem Lüfter von knapp 2 Grad. Das ist eine nette Sache, kann man gerne mitnehmen. Besonders in niedrigeren Drehzahlen sind die Temperaturen natürlich auch besser. Wir pendeln hier meistens zwischen 1 bis 2 und maximal 3 Grad. Bei den Temperaturmessungen ist jetzt nicht weiter die Welt. Werdet ihr im Alltag auch, sage ich mal, relativ wenig von mitbekommen. Besonders je nach System, was ihr bei euch habt. Allerdings ein bisschen niedriger Temperaturen kann man ja prinzipiell immer sehr gerne mitnehmen. Dann Thema Lautstärke. Wir haben eine zweite Geräuschquelle am Kühlkörper montiert. Gleich vorne weg. Das Teil wird nicht doppelt so laut, nur weil ihr zwei gleiche Lüfter daran anbringt. Das ist ja sowas, das hat sich in den letzten Jahren relativ stark gehalten als Gerücht. Natürlich wird es ein bisschen lauter. In maximaler Drehzahl messen wir in unserem Fall jetzt hier mit knapp 1700 Umdrehungen. 38 Dezibel, das ist ungefähr 2 bis 3 Dezibel lauter als mit einem einzigen Lüfter. Wenn man die Drehzahl allerdings reduziert, so mit 50 Prozent, habt ihr immer noch eine bessere Kühlleistung. Und die beiden Lüfter werden nur marginal lauter. Das ist vielleicht auch so ein Sweetspot, der für den einen oder anderen sicher interessant ist. Wenn ihr ein Silence System betreibt und ihr packt einen zweiten Lüfter dran, steigt die Lautstärke nur sehr marginal an, wie wir hier sehen können. Aber zudem habt ihr auch eine leicht bessere Kühlleistung. Das ist sicher für den einen oder anderen dann eine interessante Option. Abseits von Kühlleistung und Lautstärke für den einen oder anderen sicher auch interessant das Thema Optik. Wenn man einen zweiten Lüfter an einem relativ schlanken Kühlkörper dran macht, bekommt er nochmal so eine etwas bulligere Optik. Auch in Zeiten von RGB und Gaming Systemen, die ja ohne RGB Beleuchtung gar nicht mehr auskommen, ist das für den einen oder anderen optisch sicher eine interessante Option. Lohnt sich jetzt also abschließend ein zweiter Lüfter an einem Einzelturmkühler? Kann man pauschal so gar nicht so einfach beantworten. Wie gesagt, ihr bekommt eine etwas bessere Kühlleistung bei meistens erhöhter Lautstärke kombiniert mit einer etwas bulligeren oder auch aufreizenderen Optik, wenn es um die RGB Beleuchtung geht. In niedrigeren Drehzahlbereichen habt ihr bessere Temperaturen und nur einen marginalen Anstieg der Lautstärke. Da kann das durchaus interessant sein, abhängig natürlich von eurem Setup. Was ihr beachten müsst, ein optional zweiter Lüfter kostet ja meistens auch ein bisschen Geld, irgendwas zwischen 5 und 20 Euro, je nach Lüfter oder was ihr da haben möchtet. Auch das müsst ihr euch natürlich ins Gedächtnis rufen. Die 20 Euro könnt ihr aufgrund des marginalen Vorteils oder auch der gestiegenen Lautstärke vielleicht auch eher in eine andere Komponente investieren. Liegt schlussendlich bei euch selbst. Auf jeden Fall für den einen oder anderen kann es eine interessante Option sein, vor allen Dingen optisch, wenn es individuell passt, finde ich da spricht nichts dagegen. Auch in niedrigeren Drehzahlbereichen, wie gesagt, kann man das durchaus machen. Allerdings sind wir natürlich noch an eurer Meinung interessiert. Wie findet ihr das Thema zwei Lüfter am Einzelturmkühler? Habt ihr Fragen, Einigungen, Kritik oder auch gerne Feedback? Dann schreibt uns das doch sehr gerne in die Kommentare. Ihr wisst, da freuen wir uns immer sehr drüber. Und auch wenn ihr Ideen für weitere Messungen habt, ist das immer sehr, sehr gerne gesehen. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr heute wieder bei uns reingeschaut habt. Und ich würde sagen, wenn euch unsere Arbeit gefällt, freuen wir uns über den Daumen nach oben, ein Abo. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr keines mehr unsere Testvideos. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei TweetPC einfach wieder.